Was machen wir hier? Da ist ein Schwerhaus nahe, wo das Projekt seine alten Rekorde bleibt. Wir werden unser Vergangenheit verletzen. Du kannst nicht das Vergangenheit verletzen, Leo. Komm schon, wir brauchen Fuel. Äh, der will hier irgendwie, äh, die Akten zerstören. Naja, dann viel Spaß. Ich mach da nicht mit. Ah, ich brauch unbedingt ne Waffe. Ähm. Ähm. Ist der da bewaffnet, der da rumschleicht? Weißt du, ich seh ihn auch nicht. Hallo? Das interessiert den überhaupt nicht. Ja, krieg ich die mal, die Gas, äh, äh, die Gas. Den Benzintank. Dumme Schwulette, jetzt hol ich mir erstmal ne Waffe. Kann ich den so töten? Ne. Ja, was soll denn das? Ich kann das, jetzt hab ich's. Ey, was soll denn die Scheiße jetzt? Ist das deine? Ach so, tut mir leid. Tut mir leid, ey. Hör mal auf jetzt. Hab ich ja nicht gewusst, dass das deine ist. Muss halt sterben. Na? Okay. So. Nehmen wir das mal. Oh mein Gott, jetzt bin ich total langsam unterwegs. Ähm. Oh man. Das ist scheiße, ne? Was sind denn das jetzt? Du kleiner Schwuchtelwachmann, halt mal die Fresse und verpiss dich. Ey, der killt mich voll, ey. Ich bin tot. Also mit Waffe ist das Spiel zu einfach. Ohne Waffe ist es zu schwer. So sieht's aus, Leute. Ich hab auch gar nix hier, weißt du? Ich hab ne Dose, toll. Weil ich bräuchte was richtiges zum... Herfotzen, herknüppeln. So, dann knall... Äh, prügel ich dich halt gleich nieder. Naja, heul nicht rum, ey. So. Dann... Nehme ich das gleich wieder. Ich bräuchte echt ne Waffe. Das ist sonst zu schwer. So. Jaja, du kleiner... Verpiss dich, du dummer Wachmann, ey. Was ist denn das? Warum prügelt der immer, bevor ich zuschlagen kann? Stirb. Ja, was ist denn jetzt? So. Nehmen wir das wieder. Und gehen weiter. Oh Mann, das... Das kann was werden, ne? Ich glaub, dann lass ich's hier wieder stehen. Ne, ich nehm's bis nach... Bis zum nächsten Schatten nehm ich's mit. Ähm. Ja. Ja. Das war das ne... Ziemliche doofe Mission hier. Was war'n das jetzt? Äh. Lass mich in Ruhe. Was hab' ich denn hier? Was hab' ich denn da? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kann man's fürs... Töten benutzen. Schätze ich mal. Ah, da kommt wieder so ein Möchtegern. Oh, der hat nen Schlagstock. Den will ich. Jetzt hab' ich dich. Jetzt hab' ich dich. Und nach unten. So, und nach oben. Und schütteln. Und wieder nach unten. Naja, das war jetzt nicht so schlimm. Aber immerhin hab' ich jetzt nen Schlagstock. Das ist ganz wichtig. Und... Mein Kanister muss ich auch wieder mitnehmen. Mann, ey. Die ganze Zeit kann ich das... Teil hier rumschleppen, ey. Bräuchte ich nen Auto. Das wär' viel einfacher. Aber egal. Ist hier noch irgendwo jemand? Wahrscheinlich schon. Eher schon wie nicht. Ja, ja, da kommen sie wieder. Ne, zwei Typen sind drin. Ja, ich soll jetzt hier das anzünden, oder was? Oh, das ist... Okay. Auf einmal ist der Kanister total leicht und ihr kann... Ja, ist klar. Ich hab' besser einen Platz, der da hoch ist. Was ist das denn? Äh, jetzt hab' ich kein Kanister mehr. Ich hol' nicht nochmal ein. Damit das klar ist. Gut, dann... Würde ich sagen... Ein-on-on-one. Ein-on-one? Was willst du? Du siehst mich nicht mal. Dreh dich wieder um. Dreh dich um. Alter, dreh dich doch endlich um. Fokus. Gotta focus. Oh, was ist'n' das, äh? Bist du besoffen? Ey, du Schwanzlutscher. Dreh dich um. Ich will dich töten. Töten, töten, töten. Ja, jetzt. Und... Schon ist er down. Und in die Fresse. Ja. Und noch eine mitgegeben, weil's so schön war. Ne. Die Säge nehm' ich nicht. Falls ich da mal prügeln muss, brauch' ich vielleicht den Schlagstock noch. Deswegen. Ähm. Da drin müsste noch einer sein. Ähm. Ich weiß aber nicht, wo der Schwanz ist. Ne, da ist keiner. Gut, dann könnte ich das hier gleich mal drücken. Okay. Und weiter geht's. Checkpoint. Juhu, endlich. Oh, hier ist gleich einer. Und mir ist einer auf den Fersen. Oh, wie viele sind denn da schon wieder? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Verpiss dich bloß von mir, ey. Dreh dich um. Oh, toll. Von da hinten kommt auch einer. Oh, du bist schon echt cool mit deiner Sonnenbrille. Muss ich wirklich sagen. Jetzt komm her. Und noch nach unten einen. Schon war's das für den. So, jetzt warte ich hier nochmal im Schatten. Zwei sind noch auf meinem Radar. Jetzt ist nur noch einer da. Komisch. Ja, was ist mit dem? Kann ich mir den gleich holen, oder was? Oh, der sieht auch nix, ne? Dumm, oder was? Tja, hast du auf die Fresse bekommen. So, hier ist Schatten. Das ist schön. Gut, gut. Dann lauf ich mal. Oh, shit. Jetzt hat mich einer gesehen. Aber trotzdem prügel ich dich jetzt tot, ey. Du Schwanz. Okay, da ist noch einer. Der hat mich schon gehört, also ist es egal. Mach ich den auch noch schnell kalt. So, der wäre auch down. Ähm, die Markierung, die zeigt irgendwie in eine total komische Richtung. Ah, hier geht's, glaube ich, weiter. Ah, ja, hier. Toll, wo bin ich denn jetzt schon wieder, ey? Oh, schon wieder. Oh, verpiss dich doch! Ist der mir echt hinterhergelaufen, ey? Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich spiele hier doch bloß ein bisschen. Der hält aber ganz schön viel aus. So. Nochmal den Tank nehmen. Oh Mann, jetzt geht das schon wieder los. Ähm. Ich glaube, hier muss ich durch. So, er ist locked from the other side. Aha. Von innen abgeschlossen. Ähm. Was mache ich dann jetzt? Ah, da kommt auch schon einer. Ja, dann locke ich den halt raus. Auf dem Radar zeigt es mir einen an. Ah, toll. Bis der kommt. Mann. Was mache ich jetzt? Ich muss warten, bis der Schwanz rauskommt. Komm halt endlich her. Er hört mich zwar angeblich. Steht auf dem Radar. Aber er bewegt seinen Arsch nicht her. Er hört mich.